Nachdem wir schon am Montag einen kleinen Teaser zur insgesamt 11. Erweiterung für die Sims 4 erhalten haben, wurde von den Entwicklern soeben ein weiterer Teaser für die morgige Ankündigung geteilt. Mehr dazu in diesem Video. Die Entwickler haben ein kleines Reaktionsvideo von verschiedenen Zimmern auf den morgigen Trailer der neuen Erweiterung veröffentlicht, in dem man allerdings leider keine Ingame-Szenen des neuen Packs sehen kann. Dafür aber hat sich hier in den Post und die Beschreibung der Videoprimiere eine interessante Auffälligkeit eingeschlichen. Statt Everybody und Somebody sprechen die Entwickler hier nämlich von Everybunny und Somebody. Ebenfalls lässt sich im Tweet statt Sneak Peek das Wort Beak, also Schnabel lesen, genauso wie im Titel der Premiere das Wort Bird vorkommt. Könnte es also sein, dass mit der neuen Landleben-Erweiterung unter anderem Hasen und Vögel ins Spiel kommen? Bestätigt wurde hier nichts, allerdings ist das doch relativ auffällig. Spätestens morgen um 17 Uhr wissen wir mehr. Weiter habe ich ein paar Kommentare von euch bekommen, in denen darüber spekuliert wurde, ob durch den Weltennamen, der eine Mischung aus Henry Ford und der Straße Bakely Avenue ist, in der der erste Ford gebaut wurde, eventuell wieder Autos zurück ins Spiel kommen. Dazu hat sich auch Syngoro Frost geäußert, welcher bestätigt hat, dass das leider nur ein Zufall ist und wir keine Autos ins Spiel erhalten werden. Schade eigentlich, da diese Erklärung für mich wirklich Sinn gemacht hätte. Freut ihr euch schon über die morgige Ankündigung und was denkt ihr über den Fakt, dass die Autos leider noch nicht zurück ins Spiel kommen werden? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.